Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Dattelzeit mit Switcher 3 Wild Hunt. Ja, gerade eben hatte ich noch die Tastaturkürzel drauf gehabt, aber jetzt bin ich wieder mit dem Controller drauf. Und ich habe nicht wirklich eine Lösung an und für sich für unser Problem gefunden, aber eine vage Ahnung, was hier falsch sein könnte. Und das ist, ähm, das Schwert. Vielleicht müssen wir das hier irgendwie... Wie können wir das, äh... Da, zack. Ja, bin ich gut. Ach, bin ich glücklich. Achso, ich muss erst mal vor Durant knien. Okay, dann knie ich mal. Da, zack, auf den Teppich mit mir. Ich akzeptiere eure Gefolgschaft und kehre in einem Jahr zurück, um... Na, was kommt denn hier... Oh, jetzt wird's spannend. Ah, seht nur, die Statuen! Unglaublich! Ihr Götter, Mutter! Vater! Keine Ahnung. Nehm eine Statue! So, einmal hier ein bisschen... Hey! Können wir hier ein bisschen... Oder... Oh, aha! Hey! Ich will nur ein... Krank... Oh! Ich erkenne das Problem. Wir haben ein richtig fettes Problem. Äh... Scheiße! Ich brauche ein Quenzeichen. Ansonsten wäre das hier ein bisschen kurzer Kampf, auf jeden Fall. So, mal sehen, dass wir hier irgendwie... Das Ganze mal aufgefüllt bekommen. Oh! Oh, 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 oh! Autsch! Das tut doch weh! Hä? Ach so! Ach, ich habe ja meine Spezialfähigkeit hier. Ich erinnere mich dunkel. Ah, ja! Da kommt das quasi Wiederbeleben uns zugute. Oh, das gefällt mir richtig gut. Müssen wir eben mal schauen. Das ist ganz brauchbar. Davon können wir leben. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen... Ey! Fuck! Jetzt wollen wir doch noch mal ein bisschen Feuer hier schnuppern. Jetzt aber! Zack! Einmal den hier und... Oha, oha, oha! Ey! Jetzt kriegen wir langsam ein Problem. Oha, 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 oha! Ich habe ein kleines Problemchen! Ich habe ein kleines Problemchen! Ich habe ein kleines Problemchen! Ein großes Problemchen! Oh Gott, ey! Warum zur Hölle habe ich vorher nicht die verbesserten Absurde aufgefüllt? So! Gebt mir mal ein bisschen Saft hier! Wir müssen jetzt auf Trick 17 arbeiten. Oha! Ähm, gut! Wir haben ein kleines Problemchen hier bekommen! Ah! Kack die Wand an, Alter! Kack die Wand an! Scheiße! Der Kampf ist irgendwie ekelerregend! Bäh! Lange nicht mehr so einen schweren Kampf gehabt! Leck mich doch sonst wo! Mal sehen, ob wir den irgendwie noch hinbekommen! Das ist ja richtig heftig! Was zur Hölle! Das Problem ist, ich habe glaube ich vor der letzten Folge nicht zwischengespeichert! Das könnte echt zu einem eklatanten Problem für mich werden! Äh, ja! Mal schauen, wo das Ganze hinführt! Ich bin gespannt! Aber nicht wirklich entspannt! Das ist das Problem! Da müssen wir echt mal schauen, dass wir hier... Hey! Ach, ich habe hier zwei Tränke davon! So, dann müssen wir hier einmal gehen wir hier mal weg! So, und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie uns besser sortieren! Na, kommt, 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 kommt! Nicht alle zugleich, aber doch mal so ein bisschen hier fein sortiert, auf jeden Fall! Neben die Statue, ja! Noch einmal hier so, zack! Ach du Schande! Nein, 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 nein! So, wir müssen das hier irgendwie so ein bisschen feiner angehen! Wir sind ja hier auch feine Leute! Ach du Scheiße, ey! So, ey, 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 ey! So, einmal hier so, zack, in die Flucht! Unser Glück suchen! So, mal kurz gucken, was kriegen wir denn hier entgegenschleudert? Hey, schleudern wir was entgegen! So, einer geht noch! Wunderbar! Dann gehen wir nochmal in Sicherheit! Manchmal muss man halt auch die Flucht als Möglichkeit sehen, irgendwas gut zu machen! Ah, das wäre eine Katastrophe, der Kampf! Ich sehe das jetzt schon kommen! Eine ganze Folge wird dieser Kampf dauern! Weil das einfach mal solide verkacken wird! Hey! Fuck! Ey, 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 ey! Weg mit mir! Scheiße! Ich kann so nicht arbeiten! Oh Mann! Das wird doch lustig, habe ich den Eindruck! Ach du Scheiße! Wir gehen mal hier ein bisschen weg! Äh, ja! Schwert ziehen! Ist besser! Aber der Kampf, der wird irgendwie nicht besser! Also, äh, ich mache einen Scheiß nach dem anderen! Das wird noch eine drollige Geschichte, glaube ich! So, und! Kommt her, ihr Lu, der! Wird schon schiefgehen! Ach du Scheiße! Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall einen besseren Draht zu diesem Kampf gefunden! Wir haben auch nur noch eine von diesen komischen Feuermagierinnen, das ist auch ganz sympathisch, ehrlich gesagt! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! So, jetzt haben wir zumindest die auch besiegt, das ist mir sehr, sehr recht! So, jetzt sollte alles besser werden, hoffe ich! Weiter! Das waren ja so die Übeltäterinnen, die Flammenwerferinnen! Genau! Jetzt haben wir es endlich geschafft! War doch gar nicht so schwer! Ja, das wäre ganz gut, ähnlich gesagt! Die Vitaf war den Menschen tributpflichtig! Er hat jedes Jahr solche Statuen hergestellt, bis er 782 im Anderlin-Massaker am Fuße der Gorgow getötet wurde. Und das war ein Glück, denn Die Vitaf hatte Ludovics Untergang geplant. Es waren keine Statuen, die er geschaffen hatte, sondern getarnte Golems, die durch Worte der Anbietung erweckt werden sollten und die den König und seine Leibwache in buntes Konfetti zerpflückt hätten. Ja, das ist mal eine Aussage, aber Menschen sind auch nicht besser. Die tun sich da ehrlich gesagt wenig. Ihr seid nicht besser. Die Elfen haben nur ihr Gebiet verteidigt und ihr Menschen wart damit nicht zufrieden. Ihr musstet sie auch noch umbringen, jeden Einzelnen. Ihr? Was soll das heißen? Du bist doch auch ein Mensch! Ja, in gewisser Weise. Aber manchmal schäme ich mich, das zuzugeben. Deine Worte sind falsch, Hexer. Aber du sollst nicht mit leeren Händen gehen. Nimm dies, deine Belohnung. Lebe wohl. Oh, das klingt nach einem Level-up, oder? Na, nicht ganz. Wow, wir schaffen auch noch andere Dinge als nur diesen Kampf. Ich bin begeistert. Aber wenn wir schon mal dabei sind, zack. Oh, und vielleicht gibt es hier auch ein paar Dinge zu plündern. Das wäre mir gar nicht mal so ungelegen. Gucken wir einfach mal nach, ob es hier irgendwie... Kommen wir hier rein? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Aber vielleicht hier, weil wir da mal angeklopft haben. Hey. Ich will hier doch nur... Leute! Was ist... Ach, das ist doch hier... Ein totaler Scheißendreck. Um das mal hier beim Fachbegriff zu nennen. In diesem Falle möchte ich mal gerne... Genau, das Ding möchte ich reinpacken. Und das. Ne? Das war doch hier so, glaube ich, unsere Ausrüstung gewesen. Und dann können wir tatsächlich mal weiter gucken, wo wir hinkommen. So. Einmal hier schön. Klappe zu. Affe Dote. Haben wir hier noch ein Fragezeichen? Nee, nicht wirklich. Warum? Hier haben wir eine... Och, nehmen wir die Höhle hier, oder? Waren wir in dieser Höhle schon drin? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte es gerne ergründen. Deswegen, ab zur Höhle und müssen Hunde-Petersil mitnehmen. Genau. Och, dieser Nebel, der gefällt mir so gar nicht. Nebel in Tisternacht, das ist irgendwie bei The Witcher 3 eine richtig eklige Geschichte. Hey. Wollt ihr mal sterben? Wollt ihr mal kaputt gehen? Ja. So habe ich die Wölfe am liebsten. Tot und still schweigend. Und dann können wir weitergehen in Richtung Höhle, die ich ja unbedingt ergründen möchte. Aus irgendwelchen Gründen, die mir selbst noch nicht klar sind. In tiefster Nacht, bei Nebel. Ich weiß nicht richtig... Oh. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ich glaube, wir erlauben uns einen kleinen Save, wobei ich nicht weiß, ob wir hier nicht sogar schon drin waren. Wir werden es gleich sehen, ob wir hier schon einen kleinen Besuch abgestattet hatten oder nicht. Vielleicht erinnere ich mich ja ganz, ganz dunkel. Was haben wir denn hier? Lass mich schön schlank, verlockend und ewig jung sein und mach hier als fetter Schlampenhintern soll von Läusen gefressen werden. Von Babette. Das klingt nach einer Hure. Verschmiert. Ich habe schon mir die Täte angefläht. War bei den Ruinen. Nichts. Vielleicht wirst du großer Majoran. Mein Gebet. Ich möchte bitte alt, hässlich und fett sein. Ich bin diese ständigen, hübschen Leute leid. Sie sind einfach tödlich langweilig. Ich dagegen möchte interessant sein. Quentin. Ach, das war, wo wir hier von unserem Mantikor-Gedöns geguckt haben. Da waren ja auch seine Dinge. Er ist auch verschmiert. Möge Jean-Duc die Cholera treffen und seine Gedäme verschlingen. Denn er ist ein Lüstling und hundsfot wie kein zweiter von Bastien. Was haben wir denn hier? Majoran, gesegnet sei dein Name. Bitte lass meinen Sohn Julien sicher in Kubi eintreffen. Lass ihn eine kleine Frau finden. Am besten adlige Abstammung und mit viel Land. Von Pascal. Man muss ja hier alles anders aussprechen, ne? Wusste Bescheid, Schätzlein? Oder auch nicht. Was haben wir denn hier? Genieße alles im rechten Maße. Speis und Trank und Fleischeslust. Übertreibst du es, sollst du am anderen Tag erwachen. Mit schmerzendem Kopf, eiligem Bauche, welkendem Gliede und natürlich ekligen Pusteln auf dem Popo. Das klingt doch gut. Äh, Quecksilberlösung, Nostrix, alchemistische Paste, Erdbeeren, Olivia, komm. Nehmen wir auch mal das kacke gesunde Gemüse mit. Ich bin ja eigentlich eher so ein Gegner von gesunden Lebensmitteln. Ich meine, wenn ich schon mein Leben verkürze, dann mit richtig ungesundem Zeug. Da muss man schon hier Butter bei die Fische machen. Aber gut, dann soll es hier nicht sein. Sammeln wir noch ein bisschen Zeugs ein, was wir hier so finden. Und dann würde ich einfach mal sagen, das diente auch so ein kleines bisschen der Überbrückung, dass wir jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen. Gehen wir am nächsten Tage zu unserem eigentlichen Ziel und verabschieden uns für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn der Kampf ein bisschen in die Länge gezogen wurde. Aber bis bald. Ciao, ciao.